Eigentlich ist die Zeit überfällig für die Einführung eines digitalisierten Programmes in der Bauwirtschaft, weil wenn wir heute als Verbraucher Pakete bestellen bei Amazon oder bei anderen, dann werden wir eigentlich ziemlich exakt darüber informiert, wann dieses Paket bei uns ankommt. Wir sind vor einigen Monaten von der Zemex angesprochen worden, ob wir die ersten Schritte bei der Einführung eines neuen Programms, nämlich Zemex Go, mit begleiten wollen. Also ich bin ein Geschäftsführer der Walter Schmidt Zement GmbH, die Firma wird geleitet von mir und meinem Vater und gegründet hat mein Vater die Firma 1966, also wir sind jetzt seit rund 53 Jahren auf dem deutschen Zementmarkt tätig. Wir beliefern Transportbetonwerke, Fertigteilwerke, Mörtelwerke und Baustellen mit der losen Ware und parallel mit der gesagten Ware die Baustoffhändler und Baumarktketten in Deutschland. Mit beiden Bereichen arbeiten wir jetzt aktuell mit Zemex Go zusammen, indem wir die eingehenden Bestellungen über das Online-Portal eingeben. Also mit Zemex Go haben wir erhebliche Erleichterungen in unserer Verwaltung. Ein Punkt ist, dass wir dieselbe Preisvereinbarung im System haben. Das bedeutet, sowohl unsere Mitarbeiter in der Buchhaltung als auch die Mitarbeiter von der Zemex greifen auf dieselben Preise und Konditionen zurück. Das sorgt dafür, dass wir deutlich weniger Gutschriften haben, dass wir deutlich weniger Nachberechnung haben werden. Vereinfachung haben wir, was die Lieferscheinverfügbarkeit eingeht. Das hat ja in der Vergangenheit immer sehr lange gedauert, bis die Lieferscheine bei Reklamationen über den Spediteur zurückgegangen sind an das Werk und dann bei uns gelandet sind. Heute lässt sich das viel einfacher handhaben, indem wir über die Maske bei Zemex Go reingehen und uns die Lieferscheine direkt abrufen. Ein weiterer Vorteil bei Zemex Go ist, dass wir für jeden Mitarbeiter eine individuelle Benutzeroberfläche anlegen können. Das macht auch die Handhabung von Zemex Go deutlich einfacher. Meine Mitarbeiter sind auch sehr begeistert, was Zemex Go angeht. Wir müssen das so sehen, wenn wir Baustellen beliefern, ob das jetzt nur Autobahnbaustellen sind oder auch in anderen Bereichen, da ist es unabdingbar wichtig, dass der Kunde vor Ort, der Mischanlagenfahrer, der Polier exakt weiß, wann die bestellte Ware kommt. Und das ist eine Sache, wenn wir das mit Zemex Go so hinbekommen, wie wir das jetzt geplant haben, dann glaube ich, ist das ein Riesenfortschritt, einmal in die Kundenbindung und auch noch vor allem in die Kundenzufriedenheit. Zufriedenheit.